Jetzt gibt es einen kleinen Ausflug dahin, wozu diese ganze Sache mit der Statistik eigentlich gut war. Zum einen natürlich, wenn Sie richtig Meteorologie betreiben, aber das werden viele von Ihnen oder die wenigsten natürlich tun. Aber was ganz, ganz viele machen werden, ist natürlich Prozesskontrolle. Sie werden eventuell in der Fertigung sein und in der Fertigung wird irgendwas gebaut. Und dann gibt es einen Endprozess, einen Qualitätsprozess und in dem Qualitätsprozess wird dann eben geguckt, ist etwas gut oder nicht. Also kann es dem Kunden geliefert werden oder nicht. Und dann wollen Sie ja letztlich nicht Qualität in das Produkt reinprüfen, sondern Sie wollen ja sicher gehen, dass der Fertigungsprozess davor schon gut war. Und dass Sie sich darauf verlassen können und dass der eben auch eigentlich keinen Ausschuss produziert. Und nur am Ende will man nochmal gucken, hat es denn wirklich gestimmt hier. Stellen wir uns mal vor, wir wollen einen Stab fertigen. Der hat die nominale Länge, so wird er geliefert. L-Nom, also einen Meter Stab, den liefere ich meinem Kunden. Aber natürlich ist der Stab nicht einen Meter lang, sondern das, was aus der Fertigung rauskommt, fällt ein Stab der Länge L. Und das ist typischerweise was anderes als die nominale Länge. Also das ist dann vielleicht ein Mikrometer kürzer oder länger oder manchmal auch ein Millimeter. Ein Zentimeter wäre schon schwierig, kommt dann aufs Produkt drauf an. So, und geliefert werden darf er, beziehungsweise den Spezifikationen genügt er. Produkt, Stab, genügt den Spezifikationen. Wenn L unter, kleiner als L, kleiner als L ober ist und, halt, ich muss das auf Englisch machen, L lower, L upper und L L ist die lower, untere Grenze und L U ist die upper, also obere. So, und wenn der Stab dazwischen liegt, dann ist alles gut. Der Prozess sieht dann etwa so aus, wie hier gezeigt. Ein Fertigungsprozess, eine Qualitätsprüfung, aus der Qualitätsprüfung fällt eben die Größe L und dann gucke ich, ob die in der Grenze ist und wenn ja, dann wird sie geliefert und wenn nein, dann gibt es im schlimmsten Fall einen Verwurf. Also das Gerät wird weggeschmissen, das Produkt wird weggeschmissen oder es gibt eine Nacharbeit. Also wenn der ein bisschen zu lang war, dann kann man ja ein bisschen was absägen, der Stab, und dann passt er in der wieder. So, da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen mit beschäftigen, was wir denn da eigentlich haben und was für Klassen wir eigentlich haben und was für Prozessfähigkeiten wir denn dann eigentlich daraus finden. Grundsätzlich kann man das wohl so charakterisieren, man hat hier eine Zielscheibe, das ist das mit dem schwarzen und auf die schießt man, das ist so das mit dem Fertigungsprozess und hinterher, das ist der Messprozess, wird in der Zielscheibe dann natürlich geguckt, ob man getroffen hat oder nicht. Und wenn Sie da den linken Fall haben, dann streuen Sie über die Zielscheibe. Naja, immerhin sind Sie drin, aber Sie liegen vielleicht außerhalb des Bereichs, in dem Sie noch liefern dürfen und so. Also Sie haben hier eine relativ große Streuung. Die Reproduzierbarkeit ist gering, weil Sie sonst wohin geschossen haben. Die Präzision ist gering, die Prozessfähigkeit ist damit gering, also passiert ein bisschen was. An Ihrem Prozess schon sind Sie draußen, es werden die Kundenanforderungen etwas größer, schon war es das. Und die Prozesssicherheit, da haben Sie es auch nicht im Griff. Also es ist einfach ein schlechter Schütze da links, nicht? So, in der Mitte, also das hier ist ein schlechter Schütze. So, in der Mitte ist es deutlich besser, also reproduzierbar ist das richtig gut, also der trifft immer an die gleiche Stelle. Die Präzision ist aber noch nicht so toll, weil er trifft an der falschen Stelle. Die Prozessfähigkeit grundsätzlich ist aber hoch, also grundsätzlich kann das der Schütze, nur er muss natürlich noch ein bisschen umjustiert werden. Und damit ist das sicherlich ein guter Schütze, guter Schütze, aber nicht aufs Ziel. So, und rechts ist natürlich das alles gegeben, das ist ein guter Schütze, hier einfach, der trifft immer ins Schwarze. So möchte man das haben. Und Sie haben hier alles gegeben, die Reproduzierbarkeit ist hoch, die Präzision ist hoch, er trifft, die Prozessfähigkeit ist hoch, also er beherrscht das, was er tut. Und sicher ist er auch, weil da kann ruhig ein bisschen was passieren, die Grenzen zu beiden Seiten sind richtig groß. Na gut, so. Und das Ganze können wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen mathematischer angucken oder ein bisschen sinnvoller angucken, um hier so ein paar Prozesse daraus ableiten zu können. Ich kann das Ganze noch mal eindimensional darunter legen. Dann kann man vielleicht das plakative Bild da oben mit der Zielscheibe etwas besser übertragen auf das, was man eigentlich hier eindimensional in unserem Produktlängenstab gehabt hat. Wir haben hier jeweils die Spezifikationsgrenzen, die Grenzen Lower und Upper. Und dann haben wir auf der linken Seite hier irgendeinen Prozess, der streut ganz schön, also grobe Kreissäge oder was weiß ich was. Jedenfalls passt das nicht. Und der Mittelwert stimmt auch noch nicht. Also wir sind ganz dicht an der linken Seite dran. Und dann sehen Sie schon, alles das, was ich jetzt hier orange schraffiere, ist Müll. Das können Sie nicht dem Kunden liefern. Das ist schlecht. Da haben Sie relativ viel Verwurf oder Nacharbeit. So, hier ist das deutlich besser geworden. Also es ist wenig, was aus der Grenze rausfliegt. Sie sind ja auch sehr, sehr viel reproduzierbar geworden. Nur Sie haben es noch nicht so richtig im Griff und richtig in die Mitte geschoben. So, und hier ist dann kein Verwurf mehr. Das möchte man haben. Also Sie können alle Produkte dem Kunden liefern. So, wie beschreibt man das Ganze jetzt? Also, typischerweise geht man wieder so vor, wie wir das die ganze Zeit über auch gemacht haben. Man macht irgendwelche Messungen. Das ist die Qualitätskontrolle. Und daraus bestimmt man Mittelwert und Standardabweichung. Idealerweise checkt man natürlich, ob das alles hier stimmt, was wir hier tun. Alles unter der Voraussetzung 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 dass Messwerte wirklich normal verteilt sind. Das muss man vorher natürlich auch noch, oder vorher, das muss man auch noch checken. Wenn Sie das nicht sind, muss man andere Verteilungen nehmen, andere Wege suchen. Kann man vielleicht nicht so einfach mit der Standardabweichung arbeiten, wie ich das hier jetzt tue. Oder man muss noch was am Prozess machen. Mal vorausgesetzt, das sind sie. Dann können wir, das können wir immer bestimmen, aber dann nutzt es uns noch was. Dann können wir x² bestimmen. Und s, also Mittelwert und Standardabweichung. So, und wenn wir die bestimmt haben, dann können wir jetzt hier einen Wert zur Prozessfähigkeit bestimmen. Wir nehmen mal einmal hier das z1 erstens gucken wir uns den mal an hier z1 und das ist gleich damit wir mit dem Vorzeichen nicht kämpfen müssen lu minus x² durch s wir können uns hier, um das mal kurz zu sehen, vorstellen das eine ist natürlich hier die Abweichung von dem Mittelwert da und je kleiner die Standardabweichung wird, desto größer wird der Wert s also s geht runter und z1 geht hoch beziehungsweise auch je größer der Abstand von der Grenze wird das ist ziemlich offensichtlich oben im Zähler desto größer wird z1 dann eben auch wieder ok so dann bestimme ich den Wert z2 hätte ja also meinen Schritt machen können das ist aber im Prinzip genau das gleiche ich nehme hier x² minus ll den Abstand von der anderen Grenze durch s und es gilt das gleiche so jetzt müsste ich eigentlich hier aus den beiden die aus der kumulativen Dichte Funktion die Werte bestimmen die jetzt rausfallen würden also bestimme aus der kumulativen Dichte Funktion die Werte zu z z1 und z2 die zu Fehlern führen würden grafisch haben wir das eben getan grafisch sind das nämlich genau diese schraffierten Flächen hier unten das ist ja dann letztlich die kumulative Dichte Funktion hier die also die pdf auf integriert ist die cdf und daraus kommen jetzt eben hier die Fehler p1 und p2 und der Fehler ist eben p1 plus p2 und die Ausbeute ist 1 minus p1 minus p2 so das kann man jetzt spiegeln an dem Erwartungswert des Managements also was meine Chefs davon wollten man kann irgendwie sagen was kann ich mir leisten was wäre der Aufwand den ich betreiben muss um den Prozess sicherer zu machen damit ich da weniger Ausbeute habe was gewinne ich dabei wenn ich weniger wegschmeiße habe ich weniger Verluste dann habe ich eventuell weniger Kosten und damit mehr Gewinn und so ich kann etwas einfacher das ist aber aufwendig ich kann etwas einfacher und ungenauer vorgehen indem ich mir nur den Abstand zu den Grenzen angucke also nicht wirklich ausrechne was nur den Abstand zu den Grenzen bewerten so und da würde ich zum Beispiel den Leistungsindex mir raussuchen den nennen wir mal cp und das ist das was der Prozess kann ich gebe ihn mal kurz an und dann sage ich was der denn jetzt einfach macht dann haben wir nämlich hier lu minus ll durch 6 mal die Standardabweichung und der ist nur aus der Prozessstreuung raus berechnet da ist der Mittelwert ja nicht drin gibt also im Prinzip nur an was der Prozess könnte wenn ich ihn richtig justiert hätte also konjunktiv könnte wenn er richtig justiert wäre wenn er das nicht ist also wenn meine Mittelwerte alle irgendwie außerhalb dieser l der Grenzen liegen dann ist das trotzdem Mist dann kann dieses cp noch so gut sein ja was haben wir hier wenn cp größer als 1 ist dann ist das grundsätzlich okay dann kann ich mit dem Prozess schon mal leben weil nämlich zu beiden Seiten ich 3 Sigma Platz habe und dann habe ich eine Ausbeute die liegt dann über 99% so aber eben nur wenn er richtig justiert ist man hat jetzt noch die Leistungsindizes die weiteren da gibt es wird es jetzt ein bisschen genauer nämlich cpu cpl und cpk u cpl cpk die kamen dann immer noch so ein bisschen was da unten dran und ich gebe das einfach mal an und dann sieht man sofort was da eigentlich passiert hier ich bewerte nämlich jetzt erst einmal mit cpu den Abstand von der upper also lu mit cpl den Abstand von der lower Grenze und mit cpk suche ich mir den raus was der am schlechtesten ist das Minimum von cpu und cpl so auch hier habe ich aber einen Fehler gemacht da sind es nämlich 3s und da jeweils auch 3s ich teile also im Prinzip den Bereich in 2 mal 3s auf ja so möchte ich es gerne haben und dann bewerte ich eben den Abstand von den oberen oder unteren von der oberen oder unteren Grenze und hier geht jetzt natürlich auch ganz klar der Mittelwert also die Justage des Prozesses mit ein und wenn ich hier einen Wert habe hier von cpk größer 1 dann bin ich irgendwie mindestens 3s oder eigentlich 3s von beiden Grenzen weg und dann habe ich eben eine Ausbeute hier von von 99,7% dann nehmen wir mal das Gleichheitszeichen hier gönnen wir uns das und mit cpk gleich 1,33 nehme ich ein Drittel weiter weg das heißt also mindestens 4s von beiden Grenzen weg und die Ausbeute liegt noch mal höher nämlich bei 99,994% so der Fall von optimal ist natürlich ich bin genau in der Mitte also cpk gleich cpl gleich cpu gleich cp so und dann habe ich den Prozess gleich richtig gut angenommen und dann habe ich hier auch keine ja dann habe ich mein Prozess optimal ausgerichtet und wenn die dann auch noch groß sind und cp groß also größer als 1 dann habe ich eigentlich keine Fehlerrate mehr in meinem Prozess drin ok so an der Stelle soll das erstmal genügen und auch das Thema Statistik ausgewaltig genug sein sch sch sö sch 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 aus sch sch sch